Casai Maiore ist eine lombardische Stadt in der Provinz Cremona in Italien mit 15.351 Einwohnern. Sie liegt rund 30 Kilometer südöstlich von Cremona. Geschichte Archäologische Funde aus dem Jahr 1970 bestätigen, dass die Gegend bereits während der Bronzezeit besiedelt war. Gegründet wurde die Stadt von den Römern als Castra Maiora, d.h. als Militärlager. Um 1000 wurde aus der Siedlung eine Festung der Äste. Im 15. Jahrhundert kam der Ort in venezianischen Besitz. Unter venezianischer Herrschaft konnte Casai Maiore seine günstige geografische Lage zum Ausbau von Handel und Wirtschaft nutzen. Gerade wegen seiner strategisch günstigen Lage weckte es die Begehrlichkeiten seiner Nachbarn, des Herzogtums Mailand, Mantaus sowie der französischen und spanischen Truppen während der oberitalienischen Kriege. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gründete man eine vorübergehende Signoria von Casai Maiore. Unter der österreichischen Herrschaft im 18. Jahrhundert erhielt die Stadt 1754 von Maria Theresia die Stadtrechte. Nach der vorübergehenden Zugehörigkeit zu Österreich kam Casai Maiore 1861 im Zuge des Risorgimento zum Königreich Italien. Ortsteile Im Gemeindegebiet liegen neben dem Hauptort die Fraktionen Agroiolus, Caminete, Capella, Casalbilotto, Fusacaprara, Mota Sanfermo, Quattro Cais, Roncadelos, Vico Bonegisio und Vico Moscano sowie die Wohnplätze Oratorio, Santuario, Fontana und Strada, Persönlichkeiten. Ignacio Donati, Komponist, Andrea Sani, Violinist und Komponist, Baldassare Montip, Motorradrennfahrer.